Braintalk mit Dr. Martina Olesch und IFBB Elite Pro Sebastian Maschberger. Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Wissen Sie das mehr? Also jetzt bist du technisch mir schon einiges voraus. Ja. Wie hast du das gemacht? Die Frage ist nicht, wie ich es gemacht habe. Die Frage ist, wie ich es wieder wegbringe. Scheiße. Ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt? Ich habe mir gedacht, haben Sie mir irgendwo vorhin das Essen nicht gemischt? Ich habe mir gedacht, das kann ja nicht hier schon passieren auf und zu. Ah, Moment. Gut, wir sind schon live, Olesch. In meiner Tagesschau. Habe ich die Ehre? Hallo. Wir sind wieder da. Mittwoch ist, heute geht es um einen erneuten Mahlzeitenplan. Und zwar ist es, es käme mir Eure Bitte noch, dass wir mal einen Mahlzeitenplan für einen schwereren oder älteren, Martina. Und einmännliche vor allen Dingen. Und einmännliche. Also wir vereinigen alle Wünsche in einem. Genau. Der Mann sollte sein, er sollte älter sein. Also bei Bodybuildern gibt es auch kein Alt, aber er ist jetzt dann schon ein bisschen über 50. Also so mein Alter, eine Gans und jetzt gucken wir uns den an. Sachen, die doppelt sind, werden wir nicht wiederholen. Da verweisen wir dann auf das letzte Video. Und zwar geht es bei diesem Plan um einen langjährigen Athleten bei uns. Sein Name ist Klaus Acker Magnum. Giant Killer. Der gute Herr hat 83 Kilo, zumindest aktuell. Da schaut er aber nicht ganz aus wie auf den Titel. Momentan schauen wir, dass wir an dem ein bisschen Fleisch umgebringen. Weil er hat große Ziele oder wir haben Ziele für ihn in der nächsten Saison. Und das ist sein Mahlzeitenplan aktuell. Ich sage nochmal dazu, Entschuldigung, wenn du mit so einem Athleten in die Off-Season gehst, wie hoch darf der mit seinem Körperfett kommen? Also ist da viel, hilft viel. Ich meine, hat man ja früher immer gemacht. Und so ein typischer Schwergewichtsbodybuilder, der ist auch schon oft mal ein bisschen schwerer als so zwei Kilo Überwettkampfgewicht. Aber wie ist das hier mit unserem Klaus aus? Das Körperfettanteil. Der Klaus ist ja so, er ist ja grundsätzlich ein drittiger O in der Männerklasse. Er ist jetzt ja keine offene Klasse. Er ist nur jetzt nicht richtig, richtig schwabier. Das heißt, das ist jetzt nicht notwendig, dass man mit dem Körperfettanteil zu hoch geht. Weil das muss dann letztendlich einfach wieder runter. Das heißt, tatsächlich muss ich sagen, wenn du mich jetzt fragst, welchen prozentualen Anteil, ich weiß jetzt gar nicht genau, weil wir machen einfach immer viel im Augenmaß. Natürlich macht Martina auch viel, mit dem Kalibber zum Schluss raus. Auch mit den Umfängen messen ist einem auch sehr wichtig. Aber ich sage einmal so, 12, 13, maximal 14, 15 Prozent. Genau. Also ich sage immer so grob, weil 15 Prozent, das ist da, wo die Bauchmuskeln dann schon so langsam nicht mehr deutlich sichtbar sind. Also wenn man sie gerade noch so sieht, mit Schieben und so, da ist es ungefähr 15 Prozent und da, wenn es irgendwie geht, nicht drüber gehen. Und da liegt er drunter. Weil alles, was da drüber ist, macht nicht unbedingt Sinn. Und dann muss er natürlich auch wieder runter. Man muss jetzt dazu sagen, bei dem Plan, müssen wir gleich voraus dazu sagen, seid ihr nicht erschrocken? Okay, das ist ein Wettkompatlet, ja, also wie besprochen haben wir es. Aber der Klaus ist grundsätzlich jemand, der mag es einfach einfach. Also der möchte nicht Dinger, der mag kein fancy Food sein. Also der ist auch so, der trinkt am Rüben das Eignor mit dem Volley aus dem Shaker. Ob das jetzt gut ist oder nicht, fragen wir mal Martina später noch. Aber der ist wirklich, er möchte es so einfach wie möglich. Genau, und man muss dazu sagen, er hat den großen Luxus, dass seine Frau das Essen zubereitet. Und deswegen muss auch eine genaue Vorgabe her, wie die Frau das zubereitet, damit sie nicht vom Klaus dann Ärger kriegt. Ja, das wird er nämlich schnell zünden. Genau. Okay, gut. Also, wie geht es hier los? Hier geht es zum Beispiel los. Frühstück, 35 Gramm Whey-Protein, 80 Gramm Haaflocken und ein Vollei. Und unsere Omega-3-Kapsel ist übrigens neu erhältlich im Shop. 750 Milligramm Omega-3 pro Gramm Kapsel. Also sehr hochdossiert und in Trigliceridform. Also besser geht es nicht. Kein Vitamin E dabei. Jetzt gucken wir mal hier, du hast es ja eben schon angesprochen, diese Kombination da. Also entweder könnte man draußen Pfannkuchen machen, aber eher, du sagst es, er trinkt das pur. Haben wir früher immer gemacht, aber heute ist das ein bisschen aus der Mode gekommen. Zum einen, das Salmonellenrisiko ist doch gegeben. Und zum anderen sagt man ja immer, dass das rohe Eiklar ein Vitaminfänger ist. Würde ich jetzt nicht so überbewerten. Ich hätte eher das Salmonellenrisiko. Vitamin H wäre da. Was beim rohen Eiklar weggefangen wird. In der Mahlzeit, in der man es isst. In einem anderen natürlich nicht. Genau. Aber ihr seht schon Parallelen zu unserer Bikiniathletin und auch in der zweiten Mahlzeit Parallelen. Wichtig ist bei einem Menschen, der über die 50 ist, dass man hier eine Anapole-Antwort im Muskel nicht mehr mit 25 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit erreicht, sondern da muss man schon auf 30 Gramm oder 40 Gramm hochgehen und noch ein bisschen höher. Deswegen ist die Proteinmenge pro Mahlzeit hier deutlich höher. Ist auch gewichtsabhängig ein bisschen höher. Aber auch so aus dem Grunde etwas höher. Dann haben wir als nächstes die Mittags Mahlzeit. 630 Gramm Hähnchen, 200 Gramm Brokkoli oder Kaisergemüse. Das ist wieder der Punkt. Da haben wir Martino und ich auch schon öfters darüber diskutiert. Gut, was diskutiert, da sind wir uns beide einig. Grundsätzlich bei jemandem mit der Karolienzahl, mit der Gewichtsklasse, wo der Staat bzw. Männerbody billigt, braucht man nicht hinschreiben, dass derjenige 225,5 Gramm Gemüse essen darf. Das soll der einfach essen. Nur, hier haben wir wieder einen absoluten Sonderfall. Sein Essen wird gekocht von der Frau. Und die möchte für allem, also für die ist es am einfachsten, nicht für allem Mengenangabe. Und der Klaus ist einfach so, der möchte es einfach exakt machen und möchte eine exakte Vorgabe. Und wenn jemand das einfach ist, dann machen wir das. Das haben wir ja eigentlich ganz oft bei unseren Klienten, das wundert mich immer. Ich denke mal so, ah ja, da macht man so eine Vorgabe und die kriegen das schon hin. Aber ganz häufig kommt dann die Frage und deswegen mache ich auch keine Pläne, weil das ist mir zu mühsam. Der Maschi macht das mit einer Hingabe, die sucht seinesgleichen. Ich muss das genau ausgerechnet kriegen und ich muss jede Mahlzeit genau vorgeplant kriegen. Ich denke immer, das kann man doch auch selber ein bisschen variieren. Nee, kann man nicht. Da muss die Uhrzeit stehen, da muss die Menge stehen, auch wenn das jetzt überhaupt vom Ziel her jetzt gar nicht zwingend nötig wäre. Aber diese ganze Verantwortung soll abgegeben werden. Und deswegen, wenn jetzt sich viele wundern, warum müssen die so streng essen? Ja, das sind halt Leute, die es auf eine andere Art, clean, 20 irgendwie oder sonst wie, probiert haben, aber selber nicht da bekommen sind. Die kommen dann zum Coach. Und da soll es dann streng sein, weil anders haben sie es ja selbst nicht geschafft. Und so riecht man mit, wenn das jemand so braucht, wenn das jemand so funktioniert, riecht man das Ganze so aus. Und dann, sechs, unten auch wieder, haben wir wieder 50 Gramm Protein, 10 Gramm Kohlenhydrate und 15 Gramm Fett. Damit jetzt keiner verwirrt ist, oder sich wundert, man muss dazu stehen, ihr werdet es am Ende noch sehen, dieser Plan ist auf Carb-Cycling ausgelegt. Das heißt, variieren, also die Kohlenhydrate variieren an den Tagen verschieden, von der Menge her. Und deshalb sind jetzt teilweise in die Mahlzeiten so wie die Kohlenhydrate drin, weil das dann on top kommt sozusagen, das sagen wir zum Schluss dann. Aber es hat sich natürlich in die Kohlenhydrate drin, probiert es jetzt. Nur, dass die Leute schon mal wissen, was sie erwartet. Das ist jetzt hier der niedrige Tag und dann hat er noch einen hohen Tag und die wechseln immer ab. Und du erzählst uns dann noch, warum du das mit ihm so machst. Dann haben wir jetzt die Vortrainingsmahlzeit und da benutzt du zwar ein Eiweiß aus der Milch, das Whey-Protein, gibt es ihm dann aber keine Milch dazu, sondern Mandelmilch. Also es kann ja dann nicht der Grund sein, dass man keine Milchprodukte essen darf, sonst wird der auch keinen Weg kriegen. Warum kriegt er denn die Mandelmilch? Das ist auch wieder ein Punkt. Mit dem Klaus arbeitet man seit Jahren zusammen. Ich kenne ihn mittlerweile. Und in der Off-Season ist, er macht wirklich sauf geht. Und er mag einfach eine Mandelmilch, er trinkt die lieber aus der normale Milch und das ist der einzige Grund. Und es gibt nichts, wo man sagt, du darfst jetzt keine Mandelmilch trinken, statt eine normale Milch. Da gibt es nichts. Und deshalb ist das völlig nicht. nur nicht, dass die Leute denken, oh je, da darf der kein Milchprodukt, er hat das Weh sowieso. Und er hat ja Fischkäse und alles Mögliche. Also eine Geschmacksvorliebe. Genau. Genau. Und jetzt haben wir ja beim letzten Mal schon versprochen, wir gucken auch nochmal so ein bisschen, was supplementiert wird. Bis jetzt haben wir ja nur, nur in Anführungsstrichen, uns um die Omega-3-Versorgung gekümmert, die auch extrem wichtig ist. Und jetzt gucken wir mal, was man vor dem Training alles so kriegt, wenn man so ein Bodybuilder ist mit einem leistungsorientierten Ziel. Was gibt es da? Genau. Also hier haben wir Kollagenhydrolysat, Argenenciturin, Taurin, EAS. Das wird natürlich die meisten wahrscheinlich bekömmlich dieses EAS. Da haben wir auch dazu geschrieben, die Einnahme ist auch während dem Training möglich. Manche nennen das halt gerne. Ich meine, ich habe sehr, sehr viele verschiedene Geschmäcker von den EAS. Und das ist eben das Wasser. Ich bin jemand, die trinke nicht gerne Wasser, so wie es das anhört. Und da ist es natürlich immer fein, wenn man da ein bisschen was in einem Wasser dann hat. Das kann man während dem Training trinken. Und macht natürlich auch Sinn. Vielleicht auch die Trainingseinheiten, die vielleicht ein bisschen länger sind. Und dann haben wir, ja, Taurin. Das sind jetzt die anderen drei Supplements, sind jetzt so Supplements, wie ich sage, oder wie wir sagen, denen kommt schon eine höhere Wichtigkeit hinzu. Taurin, gerade bei Leuten, die halt oft mit Muskelkater zu kämpfen haben, ein bisschen Muskelkater gehört ja meistens dazu, aber wenn dann manchmal der Muskelkater doch ein bisschen mehr ist, dann kann man den Muskel schützen mit den verzweikettigen Aminosäuren, die ja in den EAS drin sind, sind ja Bestandteile. Und dem Taurin, dann hat man nach dem Training weniger Muskelverletzung. Damit auch weniger Schmeißen. Argin in Citroen ist mein absolutes Pre-Workout-Sapp. Jetzt jetzt um meine eigene Erfahrung. Ich brauche vom Training gar Koffein nicht. Ich brauche vom Training keine brutalen Booster nicht. Aber Argin in Citroen ist was, was mir immer hilft. Also selbst wenn ich auch hardcore Wettkampfgerät bin, kriege ich, gut, dann nehme ich halt dann ab und zu das Doppelhebos noch nehmen soll. Aber ich kriege immer einen brutalen Pump und das funktioniert einfach. Ich habe gestern ein Bild von der Franzi geschickt gekriegt und dann habe ich gesagt, das sieht ja gut aus. Und dann sagt sie, ja warte mal, da habe ich dann gerade Argin in Citroen genommen, ich habe auch noch eins ohne Pump. auch bei einer Baking-Athletin sieht man den Unterschied, wirklich den Unterschied. Ich gebe das auch. Also ich habe in Madrid und auf die Arnolz habe ich vor dem Aufpumpen, beim Aufpumpen auch eine Zutage genommen. Das geben ja unseren Mädels auch, bevor sie rausgehen. Müssen sie so ein grausliches Getränk trinken. Die meisten schüttelt es ja. Ich habe auch schon manchmal die Vermutung, die stellen es vielleicht irgendwo hin. Aber wenn man es trinkt, merkt man eben das Schild. Ja, man merkt wirklich, das ist jetzt wirklich, also ich meine das Kollagen. Warum sie jetzt nehmen, mein Hauptgrund, ist zum Beispiel Stärkung von Gelenkstrukturen, von Zähnen, durch die Haut, Haare. Ja, also ich sage immer in dem Falle vor der Belastung, weil es direkt in die belasteten Strukturen, eben Zähnen, Knorpel, Gelenkstrukturen eingebaut wird, unter Belastung. Deswegen auch vor dem Training. Und die andere Geschichte, die liegt halt daran, weil die menschliche Ernährung sich bei uns so arg verändert hat. Früher hat man das ja alles mitgegessen, diese Bindegewebstrukturen, also Knorpel beim Hähnchen zum Beispiel, oder auch die anderen, diese Schlecksen, die es im Fleisch so gibt. Und heute gibt es ja nur noch Filet, Hähnchenbrust, und die anderen Teile vom Hähnchen, die schicken wir ins Ausland und so weiter. Und dadurch kommt es eben zustande, dass in unserer Ernährungsweise das Bindegewebe, dass die Bindegewebstrukturen zu wenig zugeführt werden. Und dieses Kollagenhydrolysat, das ist ja noch gespalten mit Enzymen. Und dadurch entstehen so bioaktive Substanzen, die dann noch zum Beispiel Knochenreparatur fördern. Und das ist ein Unterschied zwischen Gelatine, die mit Säure gespalten wird, wo diese Strukturen eben nicht entstehen. Also das lohnt sich wirklich, wenn man auch zum Beispiel Sportarten macht, wo man weiß, dass immer irgendwelche Hautstellen geschädigt werden, weil man zum Beispiel Bandagen trägt oder keine Ahnung, das weiß man zum Beispiel auch von Reitpferden, da wo der Sattel immer aufliegt, dass man da mit Kollagen solchen Hautschäden vorbeugen kann. Und ganz viele wichtige Sachen, die man damit machen kann. Man könnte natürlich auch wieder wie früher alles vom Tier mitessen nichts wegwerfen. Das wäre mir zum Beispiel. Ja, das war das Sinnvollste. Aber da ist wieder der Punkt, ganz kurz noch, das ist wie, natürlich ist das, wenn das jetzt jemand macht, um Gottes Willen, das ist hochlöblich, aber das ist wie, wenn man zum Beispiel dann mit mir jemand kommt und sagt so, ja, Sebastian, jetzt in der Planung, da muss ich ja gar kein Büschel essen, da ist ja so oft ein Lachs. Und dann ist es halt einfach so, also erstens muss man einmal schauen, wo kommt der Lachs überhaupt her? Wie wird der gefordert? Wie wird der geholten? Und dann braucht man keiner erzählen, dass er jeden Tag ein Lachs ist. Also in der Menge, wo das auch dann enthalten ist, zum Beispiel die Sumpfuchtsgeburt in der Kapsel sind. Und dann noch die Zubereichungsart, wenn er gebraten ist, dann ist er ausgeschlossen, das Fett. Also da kommt, das ist einfach zu ungenau. Das ist immer alles die Theorie, aber macht sich das Leben nicht schwerer, wie es ist. Ja. Okay. Genau. Und dann machen wir sauberes Training. Dann ist nämlich die Nachmahlzeuge. Und die schaut ähnlich aus wie die, wie die Free-Worker-Gemahlzeuge, wie die Warm-Training. Nur zum Beispiel haben wir jetzt da, statt Havelglocken, haben wir jetzt hier ein bisschen Hip-Reis oder hochmolekulare Maisstärke. Genau. Je nachdem, ob er auf Diät ist oder ob er genug Kalorien hat. Wenn man genug Kalorien hat, kann man das direkt den flüssig machen, hochmolekulare Maisstärke, das Kohlenhydrat, mit dem man eine große Menge, immer noch Isoton, also schnell durch den Magen ins Blut bringt, wenn er gerne was Festes essen möchte, weil er auf Diät ist oder weil er an dem Tag, wo er wenig Kohlenhydrate hat, dann ist er vielleicht lieber den Hip. Zum Beispiel könnte man einfach diesen Reisbrei nehmen, könnte man das Whey rein tun, ein bisschen Wasser mit rein und könnte man die Banane dazu. Dann hat man so einen richtig schönen Reisbrei, schmeckt total geil, also finde ich. Natürlich kann man auch den Shake separat bringen und es gibt 100 Möglichkeiten, aber das ist auf jeden Fall. Weil das Whey natürlich einen Geschmack hat. Das ist natürlich Hammer. Das wäre jetzt auch der Zeitpunkt für das Kreatin und Glutamin. Müssen wir eigentlich sagen, am besten dreimal am Tag, aber das ist ja auch eine Preisfrage. Aber wenn man vielleicht dreimal 5 Gramm nimmt statt dreimal 10 Gramm Glutaminpeptid, dann tut man seiner Darmflora was Gutes und Darmgesundheit, haben wir schon öfter mal besprochen, das ist die Basis für alles andere. Genau. Und da wollen wir kurz in dem Punkt nachdenken, Glutamin und so weiter, wegen dem Preislich nach, wollen wir sich gleich mit dem Selberfam, brauche ich jetzt unbedingt diesen Booster oder investiere ich mir, geht wirklich in etwas, was man wirklich was bringt. Okay. Aber ich meine, man kann ja zum Beispiel auch das Koffein, was ja im Sport also wirklich eine gut wirkende Substanz ist, vor dem Training auch extra dazunehmen, da hat man ja auch das, was einen Booster macht, nämlich die bessere Koordination, mehr Frustelkoordination, mehr Kraft und kann auch eine bessere Leistung bringen, kann man ja extra auch dazunehmen, muss man ja nicht ein Gemisch nehmen, von dem man jetzt gar nicht mehr die einzelnen Substanzen zuordnen kann. also wäre noch eine Idee für Free Workout. Ja und jetzt kommen wir ja wieder zur Abendmahlzeit und da hast du ja mal gezeigt, wie es in Wirklichkeit aussieht, es gibt ja nicht nur einen Menüvorschlag, da gibt es ja dann verschiedenste und hier haben wir dann Huhn, Fisch oder Rind. Ja. Kann man halt auch dazunehmen. Da haben wir die typische Mahlzeit wieder, die schaut ja ähnlich aus wie die Mittelsmahlzeit, ja, Händchen, Brokkoli, Avocado, nehmen wir nicht, Walnussöl, Olivenöl in der Vollei. Also im Eigelb zum Beispiel haben wir ja auch das Cholesterin und die gesättigten Fette und da müssen wir ja gucken, wir müssen ja die Hormonsynthese irgendwie in Gang halten und man weiß das eben, wenn man sich sehr niedrig fettet, ernährt, also es kommt aus einer Zeit, wo man früher immer gesagt hat, man darf keine gesättigten Fette essen um Gottes Willen und da hat man den Leuten die gesättigten Fette weggenommen, den Männern und hat die ausgetauscht gegen mehrfach ungesättigte und Ballaststoffe, weil die mehrfach ungesättigten sollen ja so gut sein und die Ballaststoffe sind ja auch gesund. Da hat sich dann aber leider gezeigt, dass die auf einmal einen abgesunkenen Testosteronspiegel hatten. Das lag nicht an den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, im Gegenteil, die brauchen wir auch für die Testosteronsynthese, aber das bleibt einfach glatt und das ist weg, die Gesamtfettzufuhr runtergegangen ist, Cholesterin und gesättigte Fette, das sind nun mal die Bausteine, aus denen Hormone gemacht werden und wenn man die wegstreicht und gegen Ballaststoffe ersetzt, aus dem Ballaststoff hat man noch nie Hormon gebastelt. Also Fette muss man in die Ernährung einrechnen und wir zählen ja die Omega-3-Fettsäuren oder die, also aus dem Fischöl, die zählen wir ja nicht mit, das haben wir letztes Mal ja schon erklärt, weil die auf Bausteine sind, aber immer auch auf die Gesättigten gucken, also nicht alles nur über Pflanzenöl und Fischöl machen, auch mal ein bisschen richtiges Fett essen, richtiges Fett. Schmalz, Spindeschmalz. Der nächste Malz ist Spithupferl, Malz ist vor dem Schlafengehen, ganz klassisch, Casein, und vor dem Markt natürlich kann man einen Casein-Check bringen, das ist halt das auch, was die Datenlage hergibt, 30 Gramm Casein macht über Nacht ein Wunder. Also, wollen wir nicht übertreiben, aber das ist schon, wäre schon super, wenn das noch drin wäre. Ja. Genau. Und hier haben wir bei Männern ja das Problem eigentlich nicht so mit den Nüsten, wenn da mal eine Nuss mehr reingeht, weil, keine Ahnung, wir sind ja hier in der Kalorienzahl, da kann eine Bikinifrau sich eine ganze Woche von ernähren, so ungefähr, wenn da mal eine Nuss mehr oder weniger reingeht, ja, mein Gott. Betopferl-Saps, 10 Gramm Glutamin, also da haben wir jetzt wieder das Glutamin drin, ja, Magnesium, Calcium, Vitamin D3, K2, Vitamin C, Zink, das sind jetzt die, wo wir sagen, in der Weisung wir halt eine höhere oder entsprechende Wichtigkeit zu haben. Genau. Da muss man halt mal gucken, also wenn man sehr viele Milchprodukte isst, dann, und Fleisch natürlich, dann braucht man sicherlich nicht noch Calcium extra supplementieren. Bei Magnesium, die meisten sollten da schon supplementieren, ganz besonders deswegen auch, weil sich ja Trinkmengen in unserem Sport etabliert haben, die ja jenseits von gut und böse sind. Habe ich heute das wieder in dem Ding gelesen, 20 pro, 20 Kilo ein Liter. Ja, dann kann man nur beten, dass man nicht über 60 Kilo wiegt, weil ansonsten kriegt man ein echtes Problem mit der Ausschwemmung von Mineralien. Ja, jetzt muss ich mal sagen, ich kriege diese Empfehlung auch einmal raus, tatsächlich, aber eben nicht für eben, also, wenn jetzt jemand 120 Kilo wiegt und der trinkt pro 20 Kilogramm Liter, dann, das ist erstens Korschins Leben, also Korschiner Alltag. Das ist ungesund. Und zweitens spülst du dir die Sachen aus. Da kann man auch noch mal ein Video machen, was sollte man trinken, wann sollte man es trinken und wie viel? Ja. Auch mal ganz spannend. Und bei dem Vitamin D, da sollte man unbedingt einen Spiegel messen lassen, habe ich ja bei Ihnen gesehen, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen war der in schwindelerregenden Höhen, wahrscheinlich ein Laborfehler, aber das hat mich schon schockiert. Nachher war der wieder im Normalbereich, aber im ersten Moment denkst du ja doch, okay, was ist denn da schiefgelaufen? K2, das müsste man, es wirkt ja auch auf die Blutgerinnung, also das sollte man auch nicht einfach so supplementieren, sondern allerhöchstens, wenn man sehr, sehr, sehr viel Kalzium supplementiert, damit das Kalzium auch da ankommt, wo es ankommen soll und nicht in den Geweben liegen bleibt, bei anderem auch in den Blutgefäßen, aber es gibt keinen Grund, zwingend jetzt Vitamin D in großen Mengen zu nehmen, ohne den Spiegel zu kennen und dann auch noch Vitamin K2 dazu zu nehmen, also das sind weites fettlösliche Vitamine, die werden im Körper eingelagert, also da muss man schon auch ein bisschen aufpassen mit den Empfehlungen, nicht wahllos reinstopfen. Das ist immer wichtig. Und beim Zink ist genau das Gleiche, da ist halt so, das hängt von der Ernährung ab, ganz klar, und deswegen überprüfen wir ja auch die Ernährung, bevor wir so einen Ratschlag geben und je mehr Kalorien man isst, desto geringer ist die Notwendigkeit, sowas zu supplementieren, je weiter die Kalorien absinken, desto schwieriger wird es, alle lebenswichtigen Inhaltsstoffe mitzuer essen. Genau. Und beim Vitamin C, das ist ja eins auch von den Antioxidantien, da kann man sehen, wenn das Training spätabends liegt, das wäre ja bei Ihnen praktisch der Fall, dann kann man nochmal diese überschießenden freien Radikale damit wegfangen, machen ja viele Cortisolsenkung und freie Radikale wegfangen, also schadet vielleicht nicht, aber ansonsten sollte man aufpassen mit Radikalfingern, lieber aus der Ernährung kriegen. Und wenn man Brokkoli isst, zum Beispiel, wenn er das gemacht hat, da hat sein Plan, und auf und zu noch mal ein bisschen Bärenobst dazu, dann ist er auf dem guten Weg. Jetzt haben wir unten Gesamtkalorien 3100 und 4000, das sind die zwei verschiedene Tage. Dann haben wir dieser Low Carb Dog mit 250 Gramm Kohlenhydrate und dann haben wir der High Carb Dog mit 450 Gramm Kohlenhydrate. 6 Fett bis 900 Gramm, das ist für... Genau, das ist jetzt auch ein Fehler, das muss ja 10 Gramm heißen, nicht 1 Gramm, weil ich meine 25 Gramm Walnüsse, glaube ich, 1 Gramm sind... Warum machen wir das? Ich sage mal so, also für den Klausitz zum Beispiel ist es schon eine höhere Kalorienzahl, also zum Aufsiezen auch, aber er braucht es einfach, um einfach die Qualität dazu zu bringen, um einfach auch effektiver zu irgendwie im Aufbau was zu erzielen, erreichen und die einzige Aktivität, die er hat, ist halt das Training. Das heißt, wenn er eine Training frei hat, dann kann es passieren mir so halt gar nichts mehr. Damit mir, wenn ihr jetzt zum Beispiel jeden Tag seine 400 Kohlenhydrate essen würdet, dann passiert es halt mal schnell, dass man auch gefüllte Speicher Kohlenhydrate isst, wo sich dann, ich sage mal, eher zu Fetteinlagerungen führt, natürlich spielt die Karin-Gelanz immer in erster Linie eine Rolle und um das praktisch zu vermindern, dieses Risiko, haben wir eben diesen Low Carb Dog und diesen High Carb Dog, dann ist das Ganze immer unterschiedlich und das Risiko, dass das eben passiert, auf bereits volle Glykogen-Speicher Kohlenhydrate zu essen, wird dann darin minimiert. Genau, sitzende Tätigkeit, also keinerlei intensive Belastung außerhalb des Trainings und deswegen das Risiko minimieren ist einer der möglichen Ansätze, wie man das machen kann. Ansonsten müsste halt mit deutlich weniger Kohlenhydraten pro Tag auskommen. Ja, das ist natürlich ein bisschen abwechslungsreich, man sieht es auch, dass man sich vielleicht unter die Wurst drauf treibt, manche freuen sich auf den Low Carb Dog, manche freuen sich auf den High Carb Dog, spielt letztendlich keine Rolle, Hauptsache es funktioniert, jeder Plan ist auch immer nur so gut, wie man selber aus, wie man selber sich damit, ja, wie man sich selber damit identifizieren kann. Er ist zum Beispiel jemand, der Klaus, der fragt mich noch, der fragt mich, warum muss ich jetzt noch 200 Gramm Fahrgessen, der macht es einfach. Aber wenn für einen bei uns im Coaching ist das so, wenn jemanden das interessiert, dann geht man die Antwort, weil wenn er es wissen möchte und ich weiß es nicht, dann wird er sich jeden Abend denken, warum muss ich die 200 Gramm Fahrgessen. Genau. Aber wenn ich weiß, Martina Olesch hat mir erzählt, da gibt es einige Studien, die sagen, 25, 30 Gramm Kassigen vom Schlafwagen erzielen die optimale Versorgung für Muskulatur, dann gehe ich in die ganze Sache ganz anders rum. Weil dann weiß ich, hängt man das vor. Und wenn man dann noch sagen kann, der und der Athlet, der die Deutsche gewonnen hat, der hat es auch gemacht und hat es funktioniert, dann ist das vielleicht eine Kombination, die super gut funktioniert. Genau. Der Kopf macht es dir aus. Pass auf, wo haben wir es vergessen? Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so schlecht. Also, ich habe es nicht reingeschaltet, aber bei mir sagt es 23 Minuten. Dann gehe ich mal so. Aui! 14 war der Plan. Aber ein bisschen wird jetzt gut. Die letzte Woche habe ich 30. Wir verbessern uns. Die Wille war da. Okay. Okay, passt gleich. Wir sagen danke. Also, wenn ihr da irgendwelche Anträgungen habt, schreibt es uns darunter. Gebt es uns ein Feedback. Wir freuen uns. Wir erfüllen uns überlegen. Wir wünschen Sie sofort. Machen wir. Also, schönen Abend. Kommt fertig. Das war's für heute.